alter verwalter das letzte bei mir tritt ja auch alles im kopf macht doch sowas nicht da überall dran kommt da brauchen wir erst mal den ersten da ist noch einer aber da holen wir uns den mal was sind das was haben wir da jetzt elektrik okay das gut da können wir dann hier durch das zerschlagen haben wir den sich sagen ich muss daran denken dass ich bis hierher gekommen bin und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich dass ich den rest auch schaffe ok na wie geht es aber du hast einen schönen samstag auch du ja bisher schon also red und klang macht spaß aber das sind teilweise echt ein paar kopfnüse beziehungsweise man muss eigentlich nur logisch denken und da fängt schon an da fängt schon an bitte wenn du verstehst so genau jetzt haben wir das jetzt können wir uns das wiederholen jetzt 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 holen wir uns den hier warte mal so jetzt wie ist da die lage wie kann man die jetzt lenken dass die darüber gehen muss noch mal überlegen überlegen darüber nachdenken und überdrehen darüber nachdenken aber gehen erst mal darüber ist da vielleicht noch was nicht eigentlich ach das kriegst du schon natürlich natürlich kann es nur um stunden handeln waren wir was haben jetzt jetzt haben wir elektro und schweben elektro und schweben elektro und schweben wenn wir hier jetzt zum beispiel schon mal schweben rein machen dann hüpfen die ihrer ja ok und wenn ich dann hier elektro rein wenn wir schon mal darüber das heißt die lösen das hier aus genau jawohl dann kriege ich schon mal den nächsten rechtzeitig in diese dimension gekommen bin und ich genau weiter diese anomalie und jetzt brauche ich jetzt habe ich stehen was sind das schwere 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 aber schwere haut den jetzt nicht raus das ist nur dass die langsam werden da muss ich mal jetzt gucken wie da oben ist auch noch zeit die müssen runter die müssen runter die müssen runter nur fliegen ist schöner es bringt uns noch nichts die dinge da vorne das ist noch unrelevant für uns aber man es jetzt man ja ja wie war wie ging der jetzt da hoch die sind da auf die trugplatte war das war das war dann genau die ginge auf die trugplatte ja 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 alles klar so genau 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 jetzt muss ich mir das eigentlich nur noch zurückholen muss da jetzt hin ja ja nur das genau ja genau und jetzt habe ich ja das jetzt habe ich ja elektro wieder genau das war ich das hier rein dann komme ich darüber ja 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 ich glaube ich habe die jetzt alle alle normal habe ich sie nicht alle das war natürlich okay erst mal darunter m m m m m m gegen was bewerkstelligt dass die aber das muss vielleicht herunter aber das doch auch noch so ein ball oder vielleicht können wir hier mit speed egal doch nein wo die hinsen ok ich komme hier runter so weil das teil da er noch ist denke schon darum ist auch noch eine ort ihr wollt mich doch verarschen du liebes bisschen wie soll da hochkommen jetzt ok dann nehmen wir uns den mal wieder wie war das ist vielleicht dass so ein elektro ding jeder dann darunter so nee dann brauchen wir den wieder wie kriegen wir aber mal hier den vielleicht unter ja gut das bringt mir ja nix die gehen ja nur durch die trugplatten runter also muss jetzt gucken wo da die trugplatte ist dass der darunter geht aber hier unten war man ja schon das war ja das ding aber das ist dann nur ja alter verwalter ok wie komme ich jetzt da hoch war logisch überlegen aber ich muss ich muss ich muss ich vielleicht war mal ich wenn ich jetzt und wenn man das elektrische mal wieder hier rein dann fahre ich mal hier rüber dann genau dann gucke ich mal ob ich auch hier rüber kommt weiß nicht weiß nicht weiß nicht vielleicht aber hier ist doch noch genau hier machen wir geschwindigkeit rein ja genau jetzt brauche ich das elektrische wieder genau das ist hier genau das waren wir dann hier rein wir müssen auf jeden fall erneut gegen den imperator kämpfen okay wird er uns nicht alles klar alles klar das klar so ok bem 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 ok deshalb hätte man auch wir können wir auch was rein machen und zwar was wollen wir da rein ich weiß nicht ja doch ich müsste scheiße es war normal runter die kommen darunter werden aber da weg geblasen also es bringt mir da nichts aber wenn sie jetzt war man können wir würden die da lang gehen aber also machen wir das so dass mir die schnelligkeit jetzt daraus nehmen wieder genau weil dann landen sie dann landen sie wieder hier genau aber wie kriegen wir so dass die wie kriegen man wie kriegen wir so dass es bringt nichts wir wollen auf jeden fall da lang aber dann nehmen wir das auch mal raus was haben wir jetzt und elektro haben auch noch wo sind elektro eigentlich jetzt hier oben wieder lego mio das ist tricky wenn wir wenn wir aber dann laufen sie auch geradeaus ist wenn wir hier jetzt das sprung links rein machen reicht's doch nicht mal okay dann springen sie auch darunter was können wir tun dass die hierhin kommen aber nee das ist ja auch falsch also aber hier muss ja auch ein grund sein warum das ist ist ja gut da ist aber nichts dass man das stören könnten das wind doch wir können schwere machen ja genau wir können hier schwere hinwachen hatten wir schon war mal genau 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 ja 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 ok ich glaube so wie das war's wir machen mal tempo aber mal hier sprung dann springen wir ja natürlich total weit und hier muss dann auf jeden fall schwere ja genau und dann muss hier nochmal sprung und hier muss dann noch mal elektro genau ja ja sind es gut ja man muss eigentlich nur logisch denken und dann ja aber wie gesagt so baby oh yes ich veranstalte ein public viewing super super ja ich freue mich auch tut mir leid gott doch hier ja das hast du nicht gewusst will wird was machst du denn hier oh ha oh ha ja 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 ja